In diesem Video sehen wir uns kurz an, wie man die Bildgröße eines Clips zuschneiden kann. Also wir wollen jetzt nicht wie im vorherigen Video die gesamte Clipgröße ändern, sondern beispielsweise einen Teil vom Hintergrund wegschneiden. Hierzu gehen wir zunächst in der Toolbox auf das Register Video. Nun müssen wir unseren Clip markieren, indem wir ihn in der Zeitleiste anklicken und dann sehen wir hier, dass im Menü Video der Punkt Beschneide auftaucht und ein kleiner Pfeil befindet sich daneben. Diesen klicken wir an, dann öffnet sich das Menü zum Beschneiden. Mit Hilfe von diesem Menü können wir das Bild nun von jeder Seite beschneiden. Zum Beispiel können wir es von links beschneiden, von rechts beschneiden, von unten beschneiden oder auch von oben beschneiden. Jeder dieser Balken geht bis maximal 200. Davon darf man sich nun aber nicht irritieren lassen, denn man kann auch selbst im Feld daneben eine Zahl eingeben. Wir können nämlich hier problemlos eine größere Zahl als 200 eingeben, beispielsweise die Zahl 300. Und wie man sieht, es wird noch mehr weggeschnitten. Ein alternativer und meiner Meinung nach schnellerer Weg ist das Zuschneiden mit Hilfe der Maus. Hierzu klickt man wieder wie im vorherigen Video auf einen Punkt am Rand des Bildes und hält die Maus dabei wieder gedrückt. Nun muss man aber zusätzlich noch die Control-Taste gedrückt halten und dann kann man mit der Maus wieder sauber das Bild verändern. Wie wir sehen können wir jetzt beliebig das Bild zuschneiden. Damit sollte das Zuschneiden von Videomaterial bzw. Bildern nun auch klar sein. Daraufhin und aus